Herzlich willkommen zu einer neuen DailyDax US Morning Ausgabe am heutigen Mittwoch, dem 12. April 2023. Wir blicken an dieser Stelle zunächst einmal natürlich auf den amerikanischen Dow Jones Index und dessen Handelsergebnis ging um 0,29% nach oben, nachdem es bereits am Montag um 0,3% nach oben ging. Das heißt, wir sehen kleine Kursanstiege beim amerikanischen Dow Jones Index. Dieser tastet sich nun mehr und mehr. Wir sehen es hier an den querverlaufenden Abwärtstrend hin und es wird sich eben zeigen, wie die Entscheidung hier nun ausfallen wird in dieser Woche. Wir haben nämlich noch ausreichend Impulse. Das Ganze geht heute los mit wichtigen Zahlen rund um das Thema Inflation und zum Ende der Woche hin eben noch mit Quartalszahlen seitens der amerikanischen Banken. Tendenziell hatte ich eigentlich heute Morgen schon vor, eine Trading-Idee zu starten. Ich werde allerdings aufgrund der noch mangelnden Kursbewegung den heutigen Tag abwarten, denn ich möchte jetzt durchaus erst einmal den Impuls sehen, wie sich die Märkte verhalten rund um das Thema der Inflationsdaten und entsprechend werde ich dann morgen eine Trading-Idee veröffentlichen. Beim Technologie-Index Nasdaq sehen wir weiterhin, der Index ertänzelt zwischen eben Aufwärtstrend und horizontaler Ausbruchsunterstützung. Gestern ein Minus von 0,67%. Wir hatten ja bereits am Montag einen marginalen Kursverlust gesehen, Höhe von 0,09%. Also wir sehen in dieser Börsenwoche bislang Standardwerte sind definitiv mehr gefragt, während Tech-Werte wieder eher auf der Abschussliste stehen. Apropos Abschussliste, da stand definitiv gestern die Aktie von Moderna ein Minus von 3%. Und auch hier Vorsicht ist geboten, denn wir sehen, dass die Aktie jetzt wieder einmal an der 200-Tage-Linie abgeprallt ist. Bereits am Montag sahen wir Kurs in der Spitze von 161, gestiger Schlusskurs 155. Also man hat auf horizontaler Ebene hier einen wichtigen Kurswiderstand und ebenfalls noch knapp darunter die 200-Tage-Linie. Das ist eigentlich ein attraktives Setup, eben wenn hier eine Umkehr erfolgt, auch auf fallende Kurse zu setzen und entsprechend sich oberhalb der horizontalen Widerstandsmarke abzusichern. Das heißt, man hätte hier wirklich ein sehr, sehr attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag und bis heute Abend selbstverständlich dann mit dem Blick auf den DAX und hoffen wir mal, es gibt ein wenig mehr Bewegung als in den vergangenen Handelstagen.